hallo und herzlich willkommen auf et-tutorials.de ich werde in den nächsten wochen einen kleinen pspice video workshop hier auf meiner seite durchführen und möchte in diesem video schon mal zeigen was pspice eigentlich ist bzw was man damit machen kann damit du schon mal einen kleinen einblick in die software bekommst und ja vielleicht interessiert dich das dann auch und du nimmst an dem workshop teil das würde mich freuen ich rufe die software direkt mal auf so sieht die oberfläche aus und wir bauen mal ein kleines netzwerk auf eine reihenschaltung neben mal zunächst mal eine spannungsquelle die ich dort hinsetze und zwei widerstände dazu oben ein widerstand dann noch einen zweiten also quasi einen spannungsteiler verbinden die bauteile miteinander und schon ist unsere erste schaltung fertig wir müssen noch einen master anschluss anschließen damit die software nachher auch die schaltung berechnen kann und dieser spannungsquelle braucht noch einen wert 10 volt und damit wäre der spannungsteil auch schon fertig ich simuliere die schaltung einmal und da kann ich zunächst einmal die spannungswerte anzeigen lassen also ich habe hier unten 0 volt die spannungsquelle hat die spannung 10 volt insofern habe ich hier oben ein potenzial von 10 volt und hier weil die widerstände gleich groß sind habe ich hier ein potenzial von 5 volt ich kann mir auch den strom anzeigen lassen entsprechend 5 milliampere und ich kann mir zum beispiel auch die leistung anzeigen lassen die hier an den widerständen umgesetzt wird das werden entsprechend 25 milliwatt man kann auch etwas kompliziertere schaltung aufbauen hier habe ich meine schaltung aufgebaut mit zwei spannungsquellen und mehreren widerständen die man dann beispielsweise mit einer ersatzstellungsquelle oder mit dem überlagerungsverfahren und den kirchhoffschen gesetzen oder sonst wie berechnen kann man kann aber auch diese schaltung entsprechend simulieren hier in diesem programm in pspice aufbauen und sich dann die einzelnen potenziale anzeigen lassen da habe ich die einzelnen potenziale gegeben und wenn ich die stromstärken haben will kann ich mir das auch entsprechend anzeigen lassen so dass ich dann wenn ich meine berechnungen durchgeführt habe einfach mal sehen kann ob ich richtig gerechnet habe hier habe ich mal ein beispiel mit einem kondensator da kann man mal überprüfen wie denn der kondensator über den widerstand r1 geladen wird das wird da eine funktion werden und wenn man das simuliert hat dann ich rufe das ergebnis mal rüber und dann sieht man hier auch diese funktion das heißt die kondensator spannung steigt langsam an und wie wir auch erwarten ich habe eine zeitkonstante ein kilo ohm mal 1000 mikrofarad ergibt eine sekunde und wenn man pi mal daumen sagt nach 5 tau also nach fünf sekunden ist der kondensator geladen dann kann man das hier auch überprüfen ungefähr nach fünf sekunden ist der kondensator auf 5 volt geladen also auch solche zeitabhängigen messungen kann man kann man hier machen dass man zeitabhängig die schaltung simuliert und sich dann entsprechend das auf seiner art oszilloskop darstellen lässt eine weitere messung für ein zeitabhängiges verhalten habe ich mal vorbereitet und zwar wird hier über die schalterstellung 1 der kondensator zunächst einmal geladen und dann nach einer bestimmten zeit wird der schalter umgelegt so dass letztendlich hier auf der rechten seite ein gedämpfter schwingkreis entsteht das heißt die schaltung beginnt an zu schwingen und der widerstand r2 sorgt im prinzip dann dafür dass die schwingung abklingt und wenn man sich das ergebnis anschaut dann entsteht so ein oszillogramm das heißt man sieht hier schön die schwingung die dort entsteht das heißt die ladung geht vom kondensator durch die spule wird ein magnetfeld aufgebaut damit der kondensator andersrum geladen und dann wieder entladen und so weiter das nennt man im prinzip schwingkreis und hier kann man sie auch schön sehen wie dieser schwingkreis dort mit der frequenz 1 durch 2 pf wurzel l mal c schwingt und die schwingung ist gedämpft durch diesen widerstand r2 so ein letztes beispiel habe ich hier noch und zwar eine transistorschaltung als emitter schaltung hier habe ich ein kleines signal was ich hier über einen kondensator ein koppel auf diese emitter schaltung und dann das verstärkte signal über c2 wieder auskoppel an einem lastwiderstand r5 von einem kilo ohm dann entsprechend wieder ausgebe auch die schaltung kann man mal simulieren ich starte mal die simulation und beruf das simulations fenster mal eben rüber da sind wir die schaltung sieht ich gucke mir mal die eingangssignale an einmal dieses v in dann sehe ich hier diese sinuss spannung ich habe eine spannung von 10 mikrovolt eingestellt und wenn ich mir jetzt die ausgangsspannung angucke dieses v out dann wird die skala entsprechend natürlich geändert ich habe hier noch diese eingangsspannung kaum sichtbar aber die ausgangsspannung hier mit einer amplitude von 1,3 millivolt das heißt ich kann mir dort die die schaltung ansehen wie sie dort die sinusspannung verstärkt so ich hoffe du hast einen kleinen einblick bekommen was man mit pspice so alles machen kann wenn du interesse hast an diesem workshop teilzunehmen der natürlich kostenlos ist dann melde ich einfach unten unterhalb des videos an gibt dort eine e mail adresse an dann gibst du bekommst du eine e mail von mir wenn es losgeht und auch bei jeder neuen folge bekommst du eine e mail ja würde mich freuen wenn du dich anmeldest und wir sehen uns dann